Ich grüße Dich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und heute sprechen wir mal wieder über den Polsprung, über Spiralen, die menschliche DNS, die ganze Energetik des Sonnensystems und die neuen Pole. Ja, ich werde ganz oft gefragt, vor allem in letzter Zeit, was der aktuelle Stand zum Polsprung ist, weil ich da ja schon ein paar ausführlichere Podcasts und auch Interviews und Posts dazu gemacht habe. Wir verlinken das alles noch für diejenigen, die da jetzt neu dazukommen. Ihr könnt Euch das gerne noch anschauen, Links unter dem Video dann. Ja, und ich habe eben tatsächlich auch immer die Messungen verfolgt, die so rausgebracht wurden, hauptsächlich durch Ben Davidson, aber auch durch andere. Und es gab einfach keine neuen offiziellen Messungen mehr. So bin ich jetzt auch ein bisschen in andere Themen reingegangen, hatte das aber immer natürlich irgendwo auf dem Schirm. Und jetzt habe ich neulich bei Ben Davidson gehört, dass er gesagt hat, es hat begonnen und es hat mich einfach animiert, noch mal aktiver in die Sichtung einzusteigen. Der letzte Stand war ja, dass der Deepol zusammenbricht, wenn die 40 Grad Marke der Polwanderung erreicht ist. Und die wurde aber ja schon im Juni 2023 erreicht. Und dann ist aber der Pol nicht einfach gekippt, sondern auf der 40 Grad Höhe, ja man kann sagen so herumgeeiert, mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links, wieder ein Stück zurück, wieder vor. Und man wusste nicht genau, was soll das jetzt. Und ja, wie gesagt, haben seitdem die offiziellen Messungen gefehlt. Und dann beobachte ich es ausschließlich energetisch. Und das ist manchmal ganz interessant, man wird ja dann auch angeregt, weißt du, ein bisschen tiefer zu blicken. Und ich habe gesehen, dass sich bereits ein Multipol gebildet hat. Und darüber habe ich auch in anderen Podcasts schon ausführlich berichtet. Und es gibt auch ein Interview bei Neue Horizonte zusammen mit Dieter Bröers und Robert Sarkis-Karapetians, das ich gegeben habe, wo wir auch über den Multipol sprechen, der sich am Ende bildet. Also nachdem sich ein Quattro, ein Oktopol gebildet hat, kommt dann ein Multipol. Und dieses Mal habe ich eben ganz viele Informationen dann noch bekommen, die bisher gar nicht durchgekommen sind. Also zum Beispiel sind Anzeichen des Multipols eben auch die Polarlichter, die jetzt immer weiter südlich zu sehen sind. Und ja, sprechen wir mal über die alten und die neuen Pole. Das ist nämlich wirklich interessant. Nämlich, es wird nicht so sein, dass die neuen Pole die alten sein werden, nur eben umgedreht, wie man vielleicht sich das vorstellt. Also die wechseln nicht nur einfach, sondern die Pole, die bilden sich ganz woanders neu. Und das ist wirklich wichtig, diese Info. Und praktisch überall an allen Stellen des Multipols können sich neue Pole bilden. Und ich habe auch die Information bekommen, dass besondere Orte der Erde, die ja heute noch magnetisch sehr auffällig sind und wo bekanntermaßen oder auch unbekannterweise sicher teilweise Flugzeuge abstürzen, Schiffe verschwinden, Navigationssysteme ausfallen und so weiter, dass das alles mal Pole waren. Wir hatten schon ganz viele Pole-Shifts in den letzten zigtausend Jahren. Und dazu zählen jetzt zum Beispiel das Bermuda-Dreieck, die Teufelssee bei Japan und auch die südatlantische Anomalie. Es gibt natürlich noch einige weitere, aber die kann ich nicht benennen. Ja, und das Interessante ist ja an dieser aktuellen Pole-Wanderung, dass nur der Nordpol wandert. Der Südpol scheint wohl in den ganzen Jahren der nördlichen Wanderung an derselben Stelle geblieben zu sein. Das heißt, wir haben in dem Sinn schon gar nicht mehr den Pol, den man sich vorstellt, Nord-Süd, sondern das ist schon verzerrt. Und das zeigt sich mir dann hellsichtig, wie ein sich aufbauendes Spannungsfeld, das dann irgendwann kollabiert. Also es sieht für mich aus wie so ein Gummiband, das die Erde praktisch innerlich umspannt und das wird dann an einer Seite angezogen und sitzt auf der Seite praktisch strammer, also da jetzt, wo der Nordpol wandert, während es auf der anderen Seite locker sitzt, also am Südpol. Und beim Loslassen wird praktisch alles derart in Schwingung gebracht, dass es sich aus seiner bisherigen Lage sozusagen löst und sich dann an anderer Stelle neu einschwingt. So, und jetzt kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, ob tatsächlich die Pole wandern oder ob sich in diesem ganzen Prozess auch die Erdkruste verschiebt. Weil das sieht in meinem Bild so aus, als würde beides passieren. Also da gibt es eine innere und eine äußere Verschiebung und dann ist es so, wie wenn es sich dann findet und neu einklickt sozusagen. Und es gibt da tatsächlich eine schon recht alte Theorie, die Earth Crust Displacement Theory von Professor Charles Hapgood. Er hat vor ungefähr 100 Jahren formuliert, dass sich die Erdkruste in Zyklen verschiebt, in mehreren tausend Jahreszyklen und dass dadurch auch die großen Veränderungen auf der Erde eingeleitet werden. Und interessanterweise wurde diese Theorie auch von Albert Einstein unterstützt. Der hat in den 1940er und 50er Jahren vor seinem Tod noch daran geforscht. Zum klaren Ergebnis ist er allerdings nicht mehr gekommen, zumindest offiziell nicht. Ja, und bei Neuen Polen gibt es dann natürlich auch einen neuen Äquator, was sich mit den Entdeckungen aus dieser deutsch-französischen Dokumentation deckt, die ich neulich im Podcast 122 und auch in Telegram geteilt hatte. Demnach wurden eben gerade am Äquator, auf der Äquatorlinie all die bedeutenden vorzeitlichen Gebäude, Pyramiden und faszinierenden Orte erbaut, die praktisch heute noch der Menschheit Rätsel aufgeben, weil sie einfach unglaublich sind und so viel verbautes Wissen haben an Mathematik, Astrologie und Energetik und diese millimetergenaue Bauweise, die heute mit modernsten Geräten niemals möglich wäre. Podcast 113 geht da ein bisschen drauf ein. Ja, und es gibt da sozusagen eine alte Äquatorlinie, die vermutlich vor unserer jetzigen Äquatorlinie bestand. Das zeigen eben diese Gebäude. Und es gibt inzwischen auch wirklich viele richtig gut recherchierte Bücher, die auch all die Zivilisationen und Hochkulturen erforscht, erklärt und eben auch die, die untergegangen sind, also die irgendwo unter dem Wasser, auf dem Meeresgrund zu finden sind, praktisch benennen oder, ja, wie soll ich sagen, man kann sehen, dass die auch durch eine Linie verbunden sind, und die diese verbindet. Und das könnte wieder eine vorherige Äquatorlinie sozusagen sein. Also meine Erkenntnis ist, die Erde ist viel mehr in Bewegung, als wir denken. Sie wechselt ihre Pole alle paar tausend Jahre. Also mir wurden so kleinere 6.000 Jahreszyklen gezeigt, 12.000 Jahreszyklen und auch ein, zwei größere mit 24.000 und 36.000. Also es ist schon sehr zyklisch. Wahrscheinlich sind es 6.000 Jahreszyklen, aber es passiert nicht jedes Mal viel. Vielleicht sind es dann nur ganz kleine Bewegungen, die die Welt kaum merkt. Das sind aber alles nur meine Theorien. Bitte verstehe das richtig und nimm einfach raus, womit du jetzt in Resonanz gehst, ja. Jedes Mal entstehen ganz neue Pole und Äquatorlinien. Und es ist wirklich faszinierend, wenn du dich mal darauf einlässt, auf diesen Gedankengang einfach, was könnte sich denn alles unter dem Eis befinden, was konserviert wurde. Und warum manche Menschen eigentlich gar nicht so nördlich aussehen, als hätten sie immer schon in eisigen Gebieten gewohnt, wie zum Beispiel die Inuit auf Grönland. Und übrigens ja, nur nebenbei erwähnt, es gibt auch auf all den anderen Planeten in unserem Sonnensystem gewaltige Veränderungen. Und das sollte ein für alle Mal die Theorie vom menschengemachten Klimawandel erledigen. Das, was da geschieht, das geht über menschliche Umweltverschmutzung, die ich absolut nicht gut heißen will, ja. Aber das geht da weit darüber hinaus. Auf allen Planeten gibt es Veränderungen. Extreme Stürme, abschmelzende Polklappen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Abschwächung des Magnetfeldes und so weiter. Kommt dir das bekannt vor, hier auf der Erde? Ja, natürlich bleibt es spannend, wo die neuen Pole und wo der neue Äquator sein werden und wie schnell das alles geschehen wird und wann genau. Aber jetzt möchte ich mit dir auf das blicken, was ja eigentlich mein Spezialgebiet ist, nämlich die Energetik des Menschen als kosmisches Wesen, das mit all dem verbunden ist und sich gerade zu seiner multidimensionalen Version entwickelt. Und da sprechen wir einfach jetzt mal über die Achsen und Spiralen der Erde und des Menschen. Also stell dir vor, Energie ist immer in Bewegung, sie steht niemals still, aber viele Menschen stellen sich Energie wie so ein Strahl vor und das ist eben nicht so, sondern Energie spiralt. Sie spiralt aber so schnell und klar, dass es wie ein Strahl aussehen kann, zum Beispiel Licht. Aber sie bewegt sich nie linear, sondern spiralförmig, multidimensional und das sehen wir anhand von unendlich vielen Beispielen, von denen ich jetzt nur ein paar nenne, auf die gehe ich auch nachher nochmal ein. Wir sehen es in der menschlichen DNS, wir sehen es im Fluss der ganzen Energien im Körper, in den Meridianen, im Blut, in der Wirbelsäule. Wir sehen es auch in Räumen, Feng Shui. Wir sehen es im Torusfeld von Menschen, Tieren, Bäumen und Planeten. Wir sehen es in Wasserquellen, in Bächen und Flüssen, da entstehen ja überall diese kleinen Wirbel und Bäche und Flüsse, die meandern. Dadurch entstehen diese kleinen Quellen, diese kleinen Wirbel und das Wasser kann sich so von selbst reinigen. Wir sehen es in der Merkabah, dem multidimensionalen Energiegefährt des erwachten Menschen. Wir sehen es in unseren Chakren. Wir sehen es im axiatonalen System des Menschen, das unser inneres Meridiansystem mit der göttlichen Matrix verbindet. Ja und sogar alle Planeten, inklusive unserer Erde, drehen sich. Unsere ganze Galaxie spiralt. Das ist schon viel, oder? Und so wie wir Menschen bestimmte Achsen haben, auf denen die Energie spiralt, so hat sie auch unsere Erde. Und diese Achsen, die sollten ausbalanciert sein, damit wir unser Magnetfeld halten, uns im göttlichen Gleichgewicht halten können. Und bei Menschen gibt es zum Beispiel drei relevante Achsen, um uns im Gleichgewicht zu halten. Das ist die vertikale Achse, die uns praktisch zwischen Himmel und Erde hält. In Elementen gesprochen werden hier Luft und Erde balanciert. Dann gibt es die horizontale Achse, die uns in den männlichen und weiblichen Energien und auch in Feuer und Wasser balanciert. Und es gibt noch die Zeitachse. Vergangenheit ist wie so hinter dir, das Jetzt in deinem Herzraum und die Zukunft vor dir. Also da geht eine Achse von hinten nach vorne durch dich durch. Und wenn du dir alle diese Achsen vorstellst, wenn sie balanciert sind, also oben und unten sind dir balanciert, vorne und hinten, rechts und links, dann sind wir in der Mitte, im Herzen. Und dazu mache ich dir auch noch eine Meditation. Zurück zur Mitte, halte dein Magnetfeld. Ja und zum Energiezentrum Herz habe ich mehrere Podcasts gemacht, die gerade jetzt sehr aufschlussreich sein können. Weil im Herzen findet sich dann auch das fünfte Element, der Äther. Und hier können wir auch wieder die Entsprechung sehen zum Podcast 122 mit den Dreiecken. Alles findet sich in allem wieder. Und auch die Balance, die ich im Podcast 123 Superhuman angesprochen habe, die können wir hier auch gut einstufen, nämlich Licht und Dunkelheit in uns vereinigen. Oder auch die äußere und die schwarze Sonne. Ja und letztlich führt jede Betrachtung am Ende immer wieder zur selben Botschaft. Die Herzzentriertheit ist der Schlüssel zu allem, was in dieser Zeit wichtig ist. Und doch können wir, wenn wir wollen, das Verständnis noch ein bisschen vertiefen. Und das möchte ich jetzt hier tun. Also die wichtigsten Spiralen für die Wendezeit. Stell dir mal unsere Galaxie vor, diese riesige Spirale. Und diese Spirale, die spiralt aber nicht nur einfach in eine Richtung, sondern sie hat im oberen Bereich eine Richtung und im unteren Bereich eine andere. Da gibt es also einen Übergang, eine Mitte, in der sich alles verändert. Und jetzt halte ich fest, genau durch diese Mitte reisen wir gerade mit unserem Sonnensystem. Wir durchqueren den Photonengürtel für mehrere Jahre jetzt. Und es wird auch von Astrophysikern der Eintritt in ein neues Lichtzeitalter genannt. Ich hatte das in meinem Buch Involution und auch schon in mehreren Podcasts und Interviews immer wieder erwähnt. Ich finde es so großartig, wie sich immer wieder alles trifft. Und die Energetik von uns Menschen, die ist gleich. Wir spiralen nach oben in Verbindung mit der göttlichen Quelle, linksdrehend, und nach unten spiralen wir in der Verbindung mit dem Herzen von Mutter Erde, rechtsdrehend. Also die Mitte, die Vereinigung dieser Welten, Himmel und Erde oder auch Sonne und Erde. Das ist unser Herz. Und wenn wir unser Toresfeld anschauen, das zeigt uns auch diese Energetik, die im Kleineren dann noch über die Chakren wirbelt sozusagen. In Balance sind wir, wenn wir im Herz Chakra zentriert sind. Und die Merkabah, wenn die aktiviert ist, dann sehen wir dieses Prinzip nochmals. Die Merkabah besteht aus zwei Tetraedern. Einer von oben ausgerichtet in die Mitte und linksdrehend und einer von unten ausgerichtet in die Mitte und rechtsdrehend. Und die vereinigen sich in unserer Mitte im Herzen. Was dann auch die Merkabah sozusagen so richtig aktiviert. Das Herz ist der Treibstoff für die Merkabah. Deswegen auch wirklich nur bei Erwarten und wir können sagen, im Herzen zentrierten Menschen ist es überhaupt möglich, die Merkabah so richtig zu aktivieren und zu nutzen. Das habe ich auch in meinem Buch erklärt und kommt im Dimensionswechsel-Seminar genauer dran. Ja, und Mutter Erde hat auch so ein Energiefeld. Ein Torus, also große Spiralen, eine innere Sonne, die sich mit der Sonne unseres Sonnensystems verbindet. Und jetzt, wenn du dir all diese inneren Bilder mal vorstellst, kannst du dir dann auch vorstellen, dass das Durchqueren dieser bedeutenden Mitte in der Galaxie auch einen bedeutenden Wechsel in der Energetik der Erde, ja eigentlich aller Planeten in unserem Sonnensystem und natürlich auch in uns Menschen hat, weil wir ja alle die gleiche Energetik haben. Und dass da wie was in eine neue Spirale kommt, wie umgedreht oder eben neu ausgerichtet wird, also so wie auch unsere Pole. Was geschieht da also? Alles ist mit allem verbunden. Wie ich es gerade ausgeführt habe, ist die menschliche Energetik ähnlich aufgestellt wie die größeren Systeme, also Planeten und sogar Galaxien. Alles ist mit allem verbunden und das ist gemeint mit wie im Großen, so im Kleinen, wie im Kleinen, so im Großen. Und natürlich in unserem Menschsein sind auch Felder wie die Ahnenlinie und die Seelenbiografie und genauso unsere DNS, unser Herz, unser Atemrhythmus und auch unser kollektives Menschheitserbe hier auf Erden. Das alles ist ineinander verwoben. Und jetzt blicken wir mal ein Stück in der Zeit zurück. Es gab eine Zeit, in der die Erdachse nicht gekippt war und dadurch so eine direkte Anbindung bestand oben und unten, so wie beim Menschen das Kron- und Wurzelchakra, so waren praktisch auch die Pole diese Chakren der Erde und die Erde war viel klarer angebunden. Und durch große Ereignisse, habe ich auch im Buch geschrieben, kippte die Erdachse aus der Anbindung. Und das hat Veränderungen in der ganzen Geografie gebracht, Überflutungen, Brände, Untergänge und natürlich Erhebungen von Landmassen waren die Folge. Und die Pole, durch die jetzt nicht mehr direkt die Energie spirale wie vorher, die sind zugefroren. Was aber auch, habe ich schon gesagt, eine Art Konservierung des damaligen Wissens war. Denn wo kein menschliches Leben stattfindet, da gibt es auch keinen Mentalkörper. Da denkt niemand, da greift die Angstmatrix nicht. Der Bereich ist sicher. Und so war es möglich, diese Regionen durch Eis praktisch auch frei von weiterer Beeinflussung zu halten. Und heute, wo wir wieder im Wandel sind, im Aufstieg, in eine höhere Schwingung, da erinnern sich nicht nur die Menschen an ihre Urmatrix, sondern natürlich auch Mutter Erde findet wieder in die natürliche Ordnung. Alles findet wieder in die natürliche Ordnung. Die Erdachse findet wieder in ihre richtige Position. Die neuen Pole spiralen wieder in Verbindung mit allem. Und natürlich werden die bisherigen Pole in Folge dessen auch abschmelzen, was ja schon geschieht. Und es ist keine Tragödie, sondern etwas sehr Erfreuliches, wenn wir es nicht aus dem Gesamtzusammenhang reißen, aus dem größeren Zusammenhang. Ja, und wenn die neue Ordnung dann wieder hergestellt ist, dann schwingt sich auch das Magnetfeld wieder in diese Ordnung ein. Und dann geschieht eine ganz große Reinigung. und diese Reinigung, die geschieht auf Frequenzbasis. Und da möchte ich noch darauf eingehen, weil ich werde ganz oft gefragt, wie soll denn das gehen, dass die Erde sich jetzt überhaupt wieder erholt von all der Verschmutzung, die da stattgefunden hat, von den verschmutzten Meeren, von der Verseuchung, von der Genmanipulation, von all dem Mikroplastik, den Giften und so weiter. Das würde ja noch Jahrmillionen gehen, meinen einige. Und ja, das stimmt mit dem 3D-Verstand. Aber wenn wir uns erinnern, dass alles Schwingung ist, dass alles reine Energie ist, dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie eine Art positive Bestrahlung auch alles Destruktive auflösen und transformieren kann. Und ich habe im Podcast 125 die Urquotes erklärt, wie auch unsere DNS wieder an ihre göttliche Ordnung erinnert wird und wie sie sich dadurch befreit von allen Veränderungen, einschließlich Genmanipulation, die nicht im Sinne unserer göttlichen Blaupause sind. Und wenn uns jetzt noch bewusst ist, dass Zeit nur im eingeschränkten 3D-Bewusstsein überhaupt linear abläuft, dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie unsinnig es ist, eine Zeitspanne zu prophezeien oder zu errechnen. Das geht nur innerhalb der alten Matrix, aber genau die verlassen wir doch gerade. Also die neue Welt, die kann genau so, wie alle Menschen, die es wählen, in einem Augenblick heil sein. Durch das Erinnern an die Urquotes, durch das Erwachen unserer Multidimensionalität, durch die Balance der Achsen der Erde, erwacht auch das Wir, das Ego frei, individuell und in wirklich der höchsten Liebe gelebt werden kann. Und das Problem ist nicht, dass all das nicht geht, sondern dass es für viele Menschen noch so unbegreifbar ist, unvorstellbar ist. Und wenn wir es in unserem Schöpferbewusstsein nicht wählen, wenn wir immer kleiner denken und weniger für möglich halten, dann vergeuden wir so wertvolle Möglichkeiten und wählen Angst statt Freiheit. Aber genauso gut können wir doch wählen, das unvorstellbare, heile, endlos schöne, liebevolle, göttliche jetzt für möglich zu halten, oder? Bist du dabei? Weil die neue Welt, die ist schon da. Und wir haben als multidimensionale Wesen, die alle Dimensionen bedienen, gewählt, den Übergang dieses Mal aus irdischer Perspektive zu erleben. Nicht mehr und nicht weniger. Multidimensional bedeutet, dass es uns auch in der neuen Welt, in die wir jetzt reisen, natürlich schon gibt. Denn es gibt gar keine Reise. Das sind nur begrenzte Versuche, mit Worten etwas zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann. Es gibt immer nur das Jetzt. Aber die Erfahrung, die haben wir gewählt, aus dieser Perspektive. Und es wäre doch großartig, wenn wir das jetzt auch wirklich in allen Facetten tun, wenn wir uns dieser Erfahrung auch würdig erweisen, wissen, oder? Mein Tipp, halte in jedem Fall dein Magnetfeld. Als elektromagnetische Wesen, die wir Menschen sind, sind wir Mittler zwischen Himmel und Erde. Ganz egal, was da draußen geschieht. Also, wir sprechen aktuell von Sonnenstürmen, das ist elektrisch. Und natürlich irdischen Veränderungen, magnetisch. Egal, was wir gerade durchleben, der Schlüssel liegt immer in uns, im Halten unseres Magnetfeldes mit unserem Zentrum Herz. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann höre dir meine Podcasts zum Herzen an. Außerdem kannst du regelmäßig die multidimensionale Erdung machen, Podcast 89 und auch die Torus-Aktivierung. Wer meine Theki-Seminare besucht hat, der hat noch einige weitere Tools an der Hand, wie zum Beispiel die Harmonisierung der Elemente, der Merkabah und natürlich das ganze grundsätzliche Aufräumen, Reinigen und Transformieren. Und heute möchte ich dir noch als kleines Geschenk eine neue Meditation mitgeben, mit der du deine Achsen so balancieren kannst, dass du dein Magnetfeld stabilisierst und deine Mitte schnell wiederfinden kannst, wenn du sie verloren hast. Du kannst sie in allen Situationen anwenden, also von kleineren Ärgernissen im Alltag bis hin zu heftigeren Veränderungen in deinem Leben, bis hin zum Polsprung. Ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem Erkenntnis bei allem. Von Herz zu Herz. Wir sehen uns. Nein, von Morse